Heyo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Dark Project Gold. Wir standen hier zuletzt vor zwei verschlossenen Türen. Eine Holztür, die wahrscheinlich in einen anderen Raum führt und aber auch eine metallene Tür an einer metallenen Wand. Wo sie wohl hinführt, wissen wir nicht, denn wir müssen sie erst aufmachen. Was wir nicht können? Verdammt! Ich will aber doch wissen, was dahinter ist. Okay, dann bleibt uns nur dieser Weg, der uns in das Unheim führt. Wartet ganz kurz. Ich will mal irgendwas gucken. Oh, da ist noch ein Zombie. Da hinten liegt nämlich was. Da liegt was auf dem Balken. Ich will das haben. Alles ist wertvoll. Aber ist egal. Ich gehe jetzt erstmal kurz hier runter. So, einmal die Türe wieder schließen hier. Hallo? Ist hier jemand? Nein. Nur mal wieder zerbrochen. Mich fuchst das so, dass diese Türen ja alle von alleine zugehen. Das ist so nervig. Das sieht nach Bannern aus. Hameriten-Banner. Ja gut, das ist ja auch eine Hameriten-Kathedrale. Praise the Hammer. Eine dunkle Ecke. Mit einer Türen. Okay. Ähm. Give me that shit. Bam. Oh, hier ist gar nichts. Schande. Und da drüben komme ich nicht ran. Sowas doofes. Na gut. Die anderen hören sich auf die Aliens. Und wer? Wer hat das? Ich mein, die Geister sind jetzt für mich keine große Herausforderung mehr, wenn ich ehrlich bin. Von denen habe ich auch ehrlich gesagt kein Schiss. Weil ich weiß, dass ich die locker mit dem Schwert ausschalten kann. Sobald die vor mir stehen, ein Zombie ist allerdings was anderes. Wo ist mein Weihwasser? Hi, Überraschung. Das ist so ekelig. Gut, warst du der Einzige, der hier rumlief? I hope so. Sieht aus, als wäre das der Zombie gewesen, den ich vorhin erwartet hätte. Hatte. Tatsächlich. Also hat das doch nichts mit Experten zu tun. Offenkundig. Okay, hinten. Jetzt laufe ich gerade einmal im Kreis. Ich böde aber ganz gerne. Wo war das denn noch gleich? Oh, da vorne ist noch ein Balken. Oh, da komme ich nicht ran. Okay, jetzt fahre ich kurz an mir überlegen, wo war... Da hinten ist das Auge. Das heißt, ich müsste theoretisch hier hoch... Bringt mir das irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich probiere es einfach mal. Weil ich es kann. Zack. Uh. No! Autsch. Ich hätte schnell speichern sollen, richtig? Vorteil ist, jetzt kann ich die Geister ausschalten. Nachteil ist, ich habe ziemlich Gesundheit eingebüßt. Was, wenn ich hier aufmache, ist verschlossen. War ja so klar. Es war so klar. Genius. Ach, das ist der Haupttor. Ja, hat sich erledigt. Boah, die sehen so unheimlich aus, diese Viecher. Okay. Irgendwo da hinten ist ein Geist. Bist du der Einzige, der hier rumlogen hat? Seems so. Ich habe so das Gefühl, dass ich das von allen Seiten höre. Ah! Knapp daneben. Hau doch nicht ab! Kämpfe, wie ein Mann. Ein Geist, vielmehr. So, wie ihr gesehen habt, ist das Schwert von Konstantin einiges wert. Ähm, sollte ich ihm bei Gelegenheit für danken? Äh, äh, ähm. Bei Gelegenheit, ne? Boah, es ist so still. Hört ihr das? Oh Gott, das ist so wundervoll. Das ist so wundervoll. Okay, jetzt könnte ich theoretisch... Einfach da hoch und mir das Auge schnappen. Aber, ähm... Ei! Hier liegen Leichen im Weg. Ich kann so nicht arbeiten. Hier ist eine Tür, sehr schön. Gut. So langsam habe ich das Gefühl, dass ich mich hier so halbwegs auskenne. Und da hier nichts mehr auf mich warten kann. Verarschen oder so? Ich habe gesagt, hier kann nichts mehr auf mich warten. Okay. Wo ist mein Seil? Das müsste irgendwo... Ich meine, ich habe drei Seilpfeiler, aber ich würde die ungern verdödeln. Denn... Ich werde die wahrscheinlich noch brauchen. Aber ich würde sagen, ich versuche es einfach nochmal. So waghalsig, wie ich hier bin. Ich habe zwei Stück noch. Ich werde hier einmal schnell speichern. Das war zwar gerade ein ziemlicher Fail, den ich mir da geleistet habe, aber... Okay. Was zum Henker? Ich kann mir eigentlich nur denken, dass das dieses komische Auge ist, das diese ekelhaften Drecksgeräusche macht. Ey, lass mich durch. Denn alles andere habe ich eigentlich ausgeschaltet. Ey, geh schon... Geh gefälligst auf, der linke Tür. Oh mein Gott. Ahaha. Hier war mein Seilpfeil. Jetzt hätte ich ja den anderen auch mitnehmen können, ne? Schlau, wie ich bin. Ach, habe ich sogar. Okay. Reinen hier tatsächlich noch bei rum? Oder machen die einfach nur irgendwelche dämlichen Geräusche jedes Mal, wenn ich durch eine Tür gehe? Wahrscheinlich letztes Haus, ne? War ich hier schon? Ja, hier ist die Glocke. Okay, jetzt würde ich mir ja ganz gerne das... Aha. Auge schnappen. Dein Ernst? Dann scheint hier vielleicht doch noch was zu sein. Es gibt ja schließlich auch noch Türen, die ich noch nicht ausprobiert habe. Offensichtlich? Oh Gott, ich habe Rücken. Dieses ständige Schleichen tut meinem Kreuz nicht gut, Freunde. Oh Gott, stehst du auf? Warte, wo ist mein Weihwasser? Habe ich noch eins? Würde ich mich verarschen, ich habe kein Weihwasser mehr. Ich habe noch Feuerpfeile. Ich zücke mal die Feuerpfeile. Dann war auch noch ein... Okay, das ist kein gutes Zeichen. Ich habe 450 Gold schon, cool. Bruder Martello. Okay. Ähm. Ups. Oh. Ähm. Ja, ich war das nicht. Okay. Habe damit nichts zu tun. Okay. Ich höre dich. Wer oder was auch immer du bist. Kann ich hier runter, ohne mir weh zu tun? Soll ich es riskieren? Geronimo! Oh, es hat geklappt. Awesome. So, und jetzt würde ich mir gerne... ...Disch Auge holen. Hier ist noch... ...was zum Lesen. Einige Gemeindemitglieder sind durch das Klostertor zum Gottesdienst geschritten. Der rechte Eingang für die Öffentlichkeit ist jedoch das Kathedralentor. Der Zugang zur Stadt durch das Klostertor dient einzig der Bequemlichkeit der Mitglieder unseres Ordens. Attending Public Services for a member of the... Ich werde euch das wieder einblenden, weil ich denke, dass das immer noch einfacher ist. Einmal kurz Schöpfeichern. Dann muss ich jetzt mal herausfinden, wie ich mich nochmal nach vorne lehne. So nicht. So, okay. Und ob ich hier rauskomme, das sollte überhaupt kein Problem sein. Weil ich alle deine Beschützer, Lakaien-Viecher, getötet habe. Also was hält mich jetzt noch auf? Die Tür ist... Nein, da ist die Tür. Nein. Ja, hier war keine Tür. Was darf ich für ein Scheiß? Okay. Mal runter kurz. Ups. Und einmal durch die Eingangstür. Wieder zurück. Nein. Sieht ein bisschen authentischer aus, wenn ich geduckt bin. Sieht wirklich so aus, als würde ich das hier knacken. Wehe, du gehst jetzt in meine Richtung auf. Wehe. Da. Wie ich dieses Teil liebe einfach. Gott, noch eins. Wunderful. Aus irgendeinem Grund ist das Haupttor wieder verschlossen. Und... Es ist uns auferlegt, einen anderen Weg hier rauszufinden. Glücklicherweise... ...hat Garrett ja in der ersten Sequenz gesagt, dass er durchaus einen anderen Weg hier raus kennt. Jetzt muss ich den nur noch finden. Ah, witzig. Garrett kennt ihn vielleicht, aber ich nicht. Hallo? Oh, noch eine Tür. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich wüsste, dass das hier ist, richtig? Jawohl. Hier ist noch eine Tür, die mich zu einem Brunnen führt, wenn mich nicht alles täuscht, ist hier gerade ein ziemlich großer Vogel in meinem Fenster vorbeigeflogen. Ähm, müsste das ein... Ja, ein Life-Potion-Brunnen-Dingsbums sein. Wenn ihr gesehen habt gerade, meine Gesundheit hat sich wieder regeneriert. Was ich jetzt auch wirklich sehr gut gebrauchen kann. Denn... Oh, ist doch einer auf der anderen Seite noch. Denn, wo ich jetzt hingehe... ...wird's gefährlich. So, das habe ich vorhin schon mal von der oberen Etage gesehen. Jetzt bin ich hier unten. Und höre schon wieder diese fucking Geräusche. Herrgott, noch eins. Ich verlange einen Gefahrenzuschlag. Zwei Millionen sind mir nicht genug. Äh, eine Million. Ja, zwei Millionen wollte ich eigentlich so. So sieht's nämlich aus. Ach. Okay. Wartet ganz kurz. Lasst mich einmal kurz noch einen Blick hier... Mir gibt's, glaube ich, nichts mehr zu holen. Gehe ich jetzt mal hier runter. Vorsichtig, vorsichtig. Hier liegen überall Wirbelsäulen rum. Ich bin etwas... Ich bin aus dem Weg. Mal gucken, ob da noch irgendwas ist. Ist aber nicht okay. Okay. Wer sich jetzt an dieses Dokument erinnert, das ich mir da durchgelesen habe, bezüglich des Kellers, weiß, dass es hier, ähm... quasi eine Maschine gibt, die alles steuert. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob ich mit diesen Maschinen irgendetwas tun muss. Aber ich glaube, meine Objectives haben sich auch... Nein, Leave the Cathedral ist immer noch mein erstes größtes Ziel im Moment, was wir einfach über den anderen Ausgang schaffen müssen. Ich werde mich jetzt gleich mal in den Keller begeben, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich der Weg ist, den ich gehen muss, aber wir werden es da rausfinden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Und, ähm, ja. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge, wenn wir anfangen, den Keller dieser Kathedrale zu erkunden, gemeinsam mit dem Auge. Also, ja, bis dahin, ciao!